Dieses Video zeigt die Montage und den Umgang mit dem Heinz Keystone Dispenser. Dieser Dispenser funktioniert nur mit 2,5 und 5 Liter Beuteln. Die Pumpe, die mit dem Keystone Dispenser geliefert wird, ist bereits vollständig montiert. Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir die Pumpe komplett zu reinigen und zu desinfizieren. Es gibt ein extra Reinigungsvideo, das diesen Prozess beschreibt. Zur Demontage der Pumpe nach der Reinigung stecken Sie die schwarze Düsenspitze auf den oberen Teil der Pumpe. Drücken Sie das schwarze Innenventil in die untere Öffnung der Pumpe. Als nächstes streichen Sie eine kleine Menge Speiseöl auf den Verbindungsteil der Saugpumpe. Dies versichert einen dichten Verschluss zwischen den beiden Komponenten. Stecken Sie die Saugpumpe auf das Pumpgehäuse. Zum Festziehen des Verschlusses legen Sie den mitgelieferten Öffner über den Pumpkopf und drehen diesen eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Ein Klicken zeigt, dass die Pumpe verschlossen ist. Nehmen Sie den Öffner wieder ab und setzen diesen auf die Halterung am Gehäuse. Jetzt können Sie einen 2,5 oder 5 Liter Beutel an die Pumpe anschliessen. Um das Produkt anzuschliessen, legen Sie den Beutel mit der Öffnung nach oben auf eine gerade Oberfläche. Richten Sie die scharfe Spitze mittig auf die Öffnung des Dispenserbeutels. Drücken Sie fest zu. Ein leichtes Klicken bestätigt das korrekte Anschliessen. Drücken Sie die Saugpumpe mehrmals, bis die Kammer der Pumpe mit dem Produkt gefüllt ist. Stecken Sie nun den Beutel mit der angeschlossenen Pumpe in den Dispenser. Setzen Sie den Deckel auf die Pumpe. Drücken Sie so lange, bis beide Teile ineinander liegen und die Abdeckung einrastet. Entnehmen Sie eine kleine Menge des Produkts, um eine einwandfreie Entnahme zu testen. Der Dispenser ist jetzt fertig zum Gebrauch. Diese Menge ist bereits festgelegt und entspricht ca. 20 Millilitern. Ein angeschlossener 2,5 oder 5 Liter Beutel kann bei Zimmertemperatur 18 Tage im Heinz Keystone Dispenser verwendet werden. Nach 18 Tagen sollten alle Produktrückstände entsorgt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017